Dragenhill, seid ganz ganz herzlich gegrüßt heute zu meinem Video. Es geht um ein Thema, was mich ein wenig, ganz klein wenig getriggert hat. Und zwar habe ich mir verschiedene Videos angeschaut und ich bin immer auf eine Sache gestoßen. Das heißt, Leute haben sich beschwert, wie hier in diesem Fall, über, ja, ich sag es mal, Shein. Und haben aber im gleichen Atemzug auch wiederum Shein-Werbung in ihrem Video. So, und das hat mich ein wenig getriggert, ja. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, Alicia Jo hat ja selber in ihrem Video gesagt, dass man sie kritisieren darf. Also deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch mal machen. Ich kann das ja verstehen, ich kann ihre Meinung ja auch nachvollziehen. Aber, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man sich über eine Sache aufregt, dass man dann im gleichen Atemzug wiederum Werbung von dieser Firma eingeblendet bekommt. Ja, ähm, wir haben noch eine zweite Kandidatin, die kann ich auch mal kurz zeigen. Ähm, ich bin noch ein bisschen dabei, mit der Software hier zu lernen, weil wir wissen das jetzt da. Und rein damit. So, sie zum Beispiel distanziert sich direkt von Shein. Das heißt also, sie redet über sämtliche Kooperationen, die sie bereut und so weiter, unter anderem die auch von Shein. Und das sind so Punkte, wo ich dann sagen muss, ja, ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, okay, man mag Shein nicht. Ja, ähm, auch wenn sich auch viele auf diese Quelle hier berufen, aber man muss offen und ehrlich auch sagen, dass es, ähm, dann zum guten Ton gehört, diese Werbung von dieser Firma auf seinen eigenen Kanal zu unterbinden. Denn, man muss einfach wissen, das sind beides Personen, die sehr hohe Aufrufzahlen generieren. Das heißt also, wenn so eine Werbung eingeblendet wird, machen sie auch entsprechenden Cash damit. Und dass man es auch anders machen kann, ja, das zeige ich mal hier. Das ist zum Beispiel, äh, die Hilfe von YouTube, wo man wirklich angezeigt bekommt, wie man, ja, Werbung filtern kann, die in die Ausblendung oder die eingeblendet wird im Video, ja, also auf meinem Channel. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich schon diese Möglichkeit habe, ähm, dann sollte ich es eigentlich auch nutzen, ja. Und, ähm, das ist eigentlich der Punkt, der mich einfach getriggert hat, ja. Das heißt also, ich schaue mir das Video an, beide Frauen, in diesem Falle, ja, ähm, sagen ihre Meinung zu Shein, was ja auch berechtigt sein kann und vielleicht auch richtig ist, das will ich ja gar nicht kritisieren, aber im gleichen Atemzuge haben sie wiederum, äh, eine Werbeeinblendung. Und das ist das, was mich ein bisschen getriggert hat und deswegen dieses Video. Ja, ich stelle mich am besten mal kurz vor, äh, weil sicherlich auch einige Leute mich noch nicht kennen, ja, und, äh, nicht wissen, was ich gemacht habe. Ich selber habe die letzten zwölf Jahre in China gelebt, habe dort eine Factory mit Ling Ling BW, äh, zusammenbetrieben, ähm, zu besten Zeiten hatten wir um die 80 Mitarbeiter und an Produkten haben wir hergestellt, ähm, ja, Handyschalen, ähm, Tablet Cases, dann haben wir Sporttaschen, Rucksäcke, ähm, Luggage, also, ne, äh, etc. Ähm, Handtaschen natürlich auch. So, die haben wir selber bei uns in der Factory hergestellt und, äh, von daher, denke ich mal, weiß ich, wie Produktion funktioniert. Wir haben auch, äh, später sehr viel ausgesourced, das kommt noch mit hinzu, das heißt, ich habe dadurch auch sehr viele andere Factories kennengelernt. Und, ähm, ja, was habe ich selber ursprünglich mal gelernt? Ich bin gelernter Herrenschneider, habe im Mars-Atelier Meinhold Elbchaussee gelernt und, äh, ja, meinen Abschlussseilenbrief gemacht und habe danach noch bei Octavia gearbeitet, das ist ein Unternehmen von Otto-Versand, wo Produkte für die Produktion vorbereitet werden, wo, das heißt also, wo die Schnitte nochmal kontrolliert werden, ähm, Veränderungen noch gemacht werden in letzter Minute, bevor dann eben halt das Schnittmuster in die Auslandsproduktion geht. So, das heißt also, ich denke mal, ich kenne mich sehr, sehr gut aus, ähm, von dem ganzen Bereich. Und wie gesagt, ja, zwölf Jahre eigene Factory. So, ich möchte an dieser Stelle ganz gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen. A, Design-Klau, B, Arbeitsbedingungen. Ähm, ja, wie man ja schon aus dem Video entnehmen konnte, habe ich selber zwölf Jahre in China gelebt, das heißt also, ich war vor Ort, ich weiß wirklich, wie es abläuft, ich war in wahnsinnig vielen Factories drinnen, ähm, ich habe wahnsinnig viele, äh, Leute kennengelernt, wir hatten auch persönliche Freunde, die, äh, in anderen Factories gearbeitet haben, also, das heißt also, ich weiß schon, wie es vor Ort abläuft. Science-Schutz, ja, ähm, wie gesagt, dazu ist unten ein sehr schönes Video verlinkt, was ihr euch anschauen solltet, weil dort ein deutscher Anwalt aufzählt, wie wirklich Design-Schutz funktioniert, worauf man achten muss, etc., etc. So, macht ja besser als ich, deswegen können wir uns das hier an dieser Stelle sparen, aber, grob zusammengefasst, reicht es, dass man wenige Merkmale abändert, um ein neues Design zu kreieren. So, und, ähm, dann muss man sich eben halt das anschauen, man muss sich das einmal von der Ferne anschauen, das heißt, von, auf Fernsicht gesehen, mag es auf dem ersten Eindruck so aussehen, dass Sachen eins zu eins kopiert sind. Schaut man aber im Nahbereich, ja, wird man feststellen, dass gerade auch bei Shein zu den angedeuteten Vorfällen eben halt doch sehr viele Unterschiede vorhanden sind. Das heißt, a, da sind teilweise Kleider länger gemacht, ja, sie haben ein anderes Material, sie haben eine andere Maschenstärke und, und, und. Es mag sicherlich sein, dass das Grunddesign ähnlich aussieht, aber im Detail betrachtet so weit abgeändert, dass es rechtlich ausreichend ist. So, und wenn man jetzt meint, man, äh, ist an einem Punkt, wo man wirklich sagt, okay, hier ist eins zu eins kopiert worden, ja, dann hat man die Möglichkeit ganz einfach, entweder, äh, über die Handelskammer, ja, oder eben halt beim Department vor Ort, wenn man eben halt in China direkt vor Ort ist, ja, ansonsten muss man das eben halt über Handelskammer oder einen Anwalt laufen lassen, habe ich die Möglichkeit, im Prinzip zu einem Department zu gehen, dort eine Anzeige aufzugeben, die als Department schaut sich den Vorfall an, das heißt, geht in die Factory rein, guckt sich das an und, ähm, wird dann, wenn es zum Beispiel eine kleine Factory ist und man würde jetzt, also so eine Copy Factory, ja, ähm, die würde sofort geschlossen werden. Ähm, so, und das haben ja auch schon sehr viele gemacht und das funktioniert auch wirklich sehr gut und, ähm, deswegen sage ich jetzt mal so, ist dieser Vorwurf eigentlich, ja, ich sag mal, nicht berechtigt, ja. Auf den ersten Augenblick oder im ersten Eindruck, ja, sieht es so aus, aber wenn man wirklich schaut auf das, ähm, Gesetz, nein. Ähm, so, das ist Nummer eins. Nummer zwei, ja, Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen, ähm, sicherlich auch wieder ein Punkt, wir schauen hier aus deutscher Sicht dann auf ein anderes Land und andere Länder, andere Sitten. So, und man muss auch nicht immer versuchen, seine Meinung anderen aufzudiktieren, ja, oder seine Lebensvorstellung, ja. Deswegen, also, ich muss, ähm, hab, wie gesagt, zwölf Jahre dort gelebt und wir haben selber eine Factory betrieben und ich weiß, wie es wirklich funktioniert vor Ort. Das heißt, auch am eigenen Leibe erlebt. Das heißt, Mitarbeiter, wenn die, äh, das Gefühl hatten, dass wir sie, in Anführungsstrichen, irgendwo, äh, falsch behandelt, äh, würden, haben die Möglichkeit, zum Department zu gehen. So, dann kriegst du am nächsten Tag einen Anruf vom Department, dann musst du dorthin, muss das im Prinzip dich erklären und dann wird zwischen dir und dem Mitarbeiter letztlich gesehen so eine Art Vergleich gefunden, ja. Ähm, ähm, das kann sein, dass, äh, wenn man sich jetzt um Stück zahlt, ne, dass er sagt, also er hat eine andere Stückzahl produziert, als es in den Büchern steht, dann einigt man sich, ja. So, das sind zum Beispiel ganz normale Rechte, die ein Mitarbeiter hat. Äh, ebenso ist es so, dass man, wenn ein Mitarbeiter drei Monate in einem Unternehmen ist, dass man ihn sozial versichern muss und, und, und. So, also, das heißt also, wenn man, ähm, jeder Mitarbeiter hat dort die Möglichkeiten, zu diesem Department zu gehen. Egal, ob das eine kleine Firma ist oder eine große Firma ist, ja. Und das Department schreitet immer sofort an. Und man muss wissen, in China ist einfach so die Regelung vom Gesetz, dass der Schwächere geschützt wird. Und das habe ich schon im eigenen Leibe erlebt, ja, wo ich im Recht war, aber der Schwächere, ähm, letztlich gesehen, ähm, ja, gewonnen hat und ich eine Strafe zahlen musste, weil ich der Stärkere war. Ähm, so, also, von daher muss man das erstmal, äh, alles ein bisschen differenzieren. Und wenn man das dann alles so kennengelernt hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die Bedingungen für die Arbeiter sind aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt, ja. Und es wird ja auch keiner zur Arbeit gezwungen, sondern die, äh, mittlerweile sieht es so aus, dass Mitarbeiter, ähm, oder das Firmen wirklich um die Mitarbeiter kämpfen, ja. Das heißt also, du musst dir vorstellen, da gibt es so ganze Straßen von, wo, ähm, ein Stand nach den anderen von den verschiedenen Factories sind, da laufen dann die Mitarbeiter dran vorbei und suchen sich das beste Angebot aus, ja. Also, da, wo sie am meisten verdienen, da, wo die Unterkünfte am schönsten sind, da, wo sie Air Condition in den Unterkünften haben und, und, und. Also, von daher, ähm, das, was oft hier in Deutschland noch an Bildern so, ähm, ähm, gezeigt wird, das sind Bilder, die vor langer, langer Zeit wirklich mal so in China waren. Aber China ist in den letzten Jahren, hat sich das so verändert, ähm, ähm, so dass man sagen kann, also, dass diese Situation gar nicht mehr, ähm, so zutrifft.